Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Der Sascha von Tabletop Basement hat mich nominiert, einen Beitrag zu machen zu einem Thema, das gerade so ein bisschen diskutiert wird und zwar, warum ist Tabletop oder das Tabletop-Hobby so unprofessionell? Und das mache ich jetzt. Ja, unprofessionell. Also, erstmal, ich haue das Video jetzt hier mal so relativ ungeplant raus. Ich habe mir kein großes Skript zusammengestellt oder sowas. Ich nehme nicht irgendwie tausend verschiedene Punkte durch. Natürlich, ich mache das jetzt einfach mal jetzt, weil ich das Bedürfnis verspüre, tatsächlich mich da zu äußern. Aber vielleicht nicht unbedingt so, wie ihr das erwartet oder wie das vielleicht auch der Sascha erwartet hat. Ich hoffe, das ist trotzdem okay, weil es geht ja hier bei dieser Idee, bei diesem Format, was auch der Sascha so ein bisschen angetriggert hat, darum, dass man seine Meinung sagt. Und ich bin kein großer Fan von Rants, wie man das so nennt. Also, ich möchte hier nicht schwadronieren über ein Thema, was mich aufregt, weil das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin eigentlich jemand, ich suche vor allem das Positive an Sachen. Und gerade, wenn es um ein Hobby geht, das ich ja auch betreibe und das ich ja auch im Rahmen, also, ich mache ja auch diese Videos im Rahmen meines Hobbys, dann möchte ich eigentlich mich nicht aufregen. Und ich möchte nicht irgendwie ein negatives Thema so pushen, dass es immer weiter getragen wird. Und letzten Endes passiert das natürlich immer so ein bisschen, wenn man anfängt zu ranten. Und dieses ganze Thema, das hier angefangen wurde, dieses Thema Unprofessionalität, das ist für mich was. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir eigentlich egal. Und bitte nicht falsch verstehen, ein großer Punkt, den ich persönlich immer ganz stark machen will, ist, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch seine eigenen Entscheidungen trifft und sein eigener mündiger Mensch ist. Ich habe das mal bei meinem Video zum Thema Gebrauchtkäufe, habe ich das gesagt, seid mündige Käufer. Und wo das bei Gebrauchtkäufen gilt, dann gilt es natürlich auch bei regulären Käufen, im Laden, online, wie auch immer. Und das, also die wichtigsten Punkte, die ich zu diesem allgemeinen Thema, was gerade diskutiert wird, gerne machen würde, sind eigentlich schon alle ausgesprochen. Ich habe gerade erst gestern, also heute, gestern zu dem Tag, wo das Video ich aufnehme, hat DICE ein Video rausgebracht, auch zum Thema Unprofessionalität, Professionalität im Tabletop-Hobby. Und Dennis hat ganz ehrlich alles gesagt, was ich da sagen würde zu diesem Thema. Einerseits diese Unterscheidung, die man machen muss zwischen Professionalität und Kundenunfreundlichkeit, was für mich eine super wichtige Unterscheidung ist, weil erst mal Kundenunfreundlichkeit, ja, also alles, was da diskutiert wurde zum Thema schlechte Verpackung oder Preisstrukturen, Kommunikation mit den Kunden, unfertige Regeln, unfertige Übersetzungen, fehlerhafte Übersetzungen und so weiter. Das ist alles ein Thema, das geht Richtung Kundenunfreundlichkeit. Und da triggert direkt dieser Punkt, der für alles gilt. Nicht nur für das Tabletop-Hobby, sondern überall. Vote with your wallet. Wählt mit eurem Geldbeutel. Wenn ihr eine Entscheidung, ein Verhalten von einer bestimmten Firma nicht gut findet und das wirklich nicht akzeptieren könnt, wenn das auch für euch nicht die positiven Aspekte, die negativen Aspekte überwiegen, weil das ist auch immer so eine Abwägungssache, dann bitte kauft es nicht. Das ist heutzutage in der leider einfach zutiefst kapitalistischen Welt, in der wir leben, geht es nur um das Geld erst mal. Ja, also selbst kleine Tabletop-Firmen, die müssen ja von irgendwas leben. Und für die entscheidet auch, wenn die Leute das Zeug nicht mehr kaufen aus bestimmten Gründen, dann machen sie es vielleicht anders. Und ganz große Firmen ganz besonders machen das so. Wenn sie sehen, okay, die Gewinne gehen zurück oder der Firma geht es nicht so gut, dann machen die was anders. Das sieht man ganz deutlich daran, wie sich Games Workshop in letzter Zeit verhält. Ihre wahrgenommene Kundennähe, die sie jetzt aufbauen und die Community-Nähe, die kommt auch davon, dass es eben mit ihrem Verhalten davor nicht so ganz funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Das heißt, da funktioniert dieser Punkt. Gewinne gehen zurück, die fragen sich warum, die machen Marktforschung im Falle von einer großen Firma, erkennen, okay, da können wir vielleicht ein bisschen nachbessern und bam, schon hat sich was geändert. Das ist dieses Prinzip am Werk. Vote with your wallet. Wählt mit eurem Geldbeutel. Und, also, das ist eine zutiefst persönliche Sache, wie ich die Sache angehe. Aber für mich ist damit dieses Thema eigentlich behandelt. Weil, wenn ich mit was nicht zufrieden bin, dann gucke ich, dass ich da entsprechend agiere, indem ich eben der Firma nicht mehr mein Geld gebe. Das ist mit ein Grund dafür, warum ich lange Zeit jetzt Games Workshop kein Geld gegeben habe. Und mit der achten Edition, wo ich wieder zufriedener war, habe ich mir die Grundbox gekauft. Das ist einfach so eine ganz natürliche Mechanik. Und verwechselt einfach nicht dieses Thema Professionalität und Kundenfreundlichkeit. Wie der Dennis gesagt hat, ich will das jetzt auch nicht alles wiederkeuen, was der Dennis gesagt hat. Weil, wirklich, ich stimme dem voll und ganz zu. Ich möchte aber nur nochmal auf diesen Punkt Professionalität im eigentlichen Sinne eingehen. Weil, auch das hat Dennis angesprochen, was Professionalität auch bedeutet. Weil Professionalität ist eben nicht gleich Kundenfreundlichkeit. Weil, wenn eine Firma professionell oder auch vielleicht in einem leicht verschobenen Sinne geschäftstüchtig agiert, dann muss das nicht heißen, dass die im besten Sinne des Konsumenten handeln. Sondern sie agieren so, wie sie eben entsprechend potenziell ihre Gewinne maximieren können. Und auch das ist in Ordnung. Weil wir wollen, dass unser Hobby überlebt. Wir wollen, dass diese Firmen überleben, die unser Hobby irgendwie versorgen mit dem Zeug, was wir brauchen. Und da muss man sich auch ganz tief in sich selbst reinschauen und sich überlegen, was ist für mich persönlich okay. Und Professionalität ist halt was, das ich persönlich nicht brauche in meinem Hobby. Es ist schön, wenn sich Professionalität positiv auswirkt. Wenn eine Firma einfach so die richtigen Knöpfe drückt und du das Gefühl hast, hey, die haben es verstanden. Die haben auch mich verstanden. Auch das ist ein Teil von Professionalität. Aber auf der anderen Seite, als ich mein Hobby angefangen habe vor fast 20 Jahren jetzt, da hat mich das nicht interessiert. Und auch damals haben wir schon ab und zu mal irgendwas von Forgeworld per Mail Order gekauft. Und das kam auch damals schon in Tüten. Und ja, das ist nicht kundenfreundlich. Absolut nicht. Aber wie gesagt, in dem Moment haben wir uns selber entschieden, dass es für uns okay ist. Und wenn ihr damit nicht okay seid, dann kauft bitte nichts von Forgeworld. Ganz einfach. Und Professionalität kann halt auch aus meiner persönlichen Sicht ganz böse Früchte tragen. Oder kann irgendwie Sachen produzieren, die man selbst befremdlich findet. Und die Beispiele sehen wir gerade ständig. Also wenn man jetzt gerade mal Games Workshop denkt, was natürlich so das mit am professionellsten agierende Unternehmen ist, weil es halt eben ein großes, großes Unternehmen ist, da ist halt Professionalität auch sowas. Weil es funktioniert und es trägt das Hobby weiter und erschließt neue Zielgruppen. Und ich persönlich bin da kein großer Fan davon, aber das könnt ihr ja ganz anders sehen. Natürlich bedeutet aber auch Professionalität sowas. Oder sowas. Was ich persönlich wieder super toll finde, wo ich mega Spaß dran habe. Aber das sind alles Sachen, das muss man sich ganz persönlich überlegen, ob das für einen okay ist. Und da würde ich vorsichtig sein, über einen Kamm zu scheren. Ich bin persönlich jemand, ich genieße vor allem diese kleinen, nischigen Aspekte am Tabletop-Hobby. Also ich brauche es tatsächlich nicht, dass mein Hobby mega Mainstream wird und dass alles super professionell wird und dass wir quasi die neuen Computerspiele werden, die Tabletop-Spiele. Sondern ich mag das. Ich mag diese kleinen, obskuren Sachen. Ich mag Spielsysteme, hinter denen drei, vier Leute sitzen, die, wenn ich sie anschreibe, direkt antworten und sagen, Hey Tobi, das ist ja voll cool, dass da mal jemand was macht, weil wir selber können uns das nicht leisten, irgendwie Marketing zu machen. Und die sich da einfach drüber freuen oder mit denen man einfach direkt mal Kontakt pflegen kann und sich drüber austauschen kann, wie das denn ist, in so einem Bereich zu arbeiten oder wie das war in der Vergangenheit, was sich geändert hat. Diese Sachen. Das ist alles deswegen möglich, weil unser Hobby eben nicht so professionalisiert ist wie andere. Ich habe das in meiner, als ich für meine Magisterarbeit damals und auch für die Doktorarbeit recherchiert habe, habe ich das festgestellt, es ist unglaublich schwer, an die tatsächlichen Produzenten hinter Computerspielen zum Beispiel ranzukommen. Weil die sind hinter Mauern und Mauern und Mauern aus Marketing und Public Relations und was weiß ich was verborgen einfach. Da kommst du nicht ran. Das ist wie so eine unnahbare Gruppe von Leuten, die einfach abgeschirmt werden nach außen, weil ja vielleicht irgendwas gesagt werden könnte, was irgendwie der Firma schadet. Und das hat man eben in diesem weniger professionalisierten Bereich, gerade in diesem nischigeren Bereich Tabletop, hat man das halt einfach. Deswegen ist die Frage, die ich da stellen würde und will, auch genau die. Warum muss denn Tabletop professionell sein? Und meine persönliche Antwort ist halt eben die, sie muss es nicht sein. Sie kann es sein, wenn das positive Früchte trägt, gerne. Aber ich möchte da keine pauschale Aussage treffen eigentlich. Ich möchte da mich nicht festlegen auf was, sondern ich möchte gern von Fall zu Fall zu Fall entscheiden, ob das für mich in Ordnung ist oder nicht. Und basierend auf diesen Fällen und diesen einzelnen Situationen möchte ich gern entscheiden, ob ich da basierend drauf agieren soll, ob ich das unterstützen will mit meinem Geld und mit meiner Zeit oder eben nicht. Und ich würde euch gern dazu anhalten, dass ihr das auch so macht. Ihr müsst es nicht machen wie ich. Ich will niemanden meine Meinung aufdrängen. Wer bin ich denn? Ich bin eigentlich auch nur ein Typ. Ich habe halt eine Kamera, ja. Ich habe eine Kamera und ein Licht und ein Mikro. Das ist das Einzige, was mich unterscheidet von dem durchschnittlichen Zuschauer, der dieses Video anschaut, ja. Was anderes bin ich nicht. Ich bin eine Person mit einer Meinung und ich kann niemandem sagen, wie er sich verhalten oder entscheiden oder wie auch immer soll. Das müsst ihr ganz selber entscheiden. Und wenn ihr diese Sicht auf alles anwendet um euch rum, dann fahrt ihr richtig. Weil überlegt euch, was für Konsequenzen das hat, was ihr macht. Überlegt euch, was da für Hintergründe vielleicht dahinter stecken zwischen dem Verhalten von anderen. Und seid mündige Menschen. Ganz einfach das. Und das wollte ich einfach nur mal sagen. Wie gesagt, wenn ihr zu diesem Thema ausführlicher euch informieren wollt, dann schaut euch das Video von Diced an. Dann schaut euch das Video an von Tabletop Basement. Schaut euch die Videos an, die sonst noch rausgekommen sind, vom kleinen Krieger und so weiter. Da gibt es mittlerweile jede Menge, weil natürlich alle mitreden wollten. Aber ich möchte nicht mich daran beteiligen, irgendwie vor allem mich aufzuregen. Weil klar, ich reg mich auch über Sachen auf. Das tut jeder, ja. Aber ich agiere da für mich basierend darauf, dass ich mich aufgeregt habe. Und dann ist die Sache für mich gut. Ich muss da keine Kampagne anführen. Ich muss nicht das Banner hochhalten und irgendwie voranschreiten und irgendwie die große Änderung herbeiführen. Weil ich habe da kein Interesse dran. Und ich hoffe, ihr versteht es, wenn ich eben nicht in der Form mich da weiter dazu äußere. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich hoffe, das ist auch für dich, Sascha. Und für euch alle, die ihr an dem Thema auch so passioniert mitdiskutiert, in Ordnung. Aber das ist eben meine Meinung. Das ist meine Position, meine ganz persönliche Position zu dem Thema. Und das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Nichtmeinung, weil ich letzten Endes sage, das muss jeder selber entscheiden. Aber das ist halt, das bin halt ich. So sage ich meine Meinung. Und anders kann ich es auch gar nicht. Vielen Dank, dass ihr große Diskussionen weiterführt. Ich hoffe, wir können das bald wieder machen. Ich hoffe, wir können das mit ganz vielen verschiedenen Themen machen. Ich werde jetzt hier auch niemanden nominieren, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass bis dieses Video draußen ist, hat irgendwie sich jeder schon dazu geäußert. Wenn ihr euch dazu äußern wollt, dann macht das bitte. Sagt mir eure Meinung. Sagt mir auch konträre Meinungen. Wenn ihr nicht meiner Meinung sagt, dann sagt mir das bitte. Das ist wichtig, dass man seine Meinung auch äußert. Absolut. Ich habe das hiermit jetzt getan. Und ich wünsche euch schönen Tage und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.